neue Bürgerinnen Okay, da kann man was reintun Die Frage, wie können wir das machen Dass das mit dem Rechnen passt Verschiedene Operanten Ich glaube, wir müssen die alle einfach mal wegnehmen Okay Plus Null, Minus Drei Mal Zwei Wir müssen jetzt mal gucken, wo die Kinder sind Also wie genau Könnte mal Und das Ich nehme jetzt mal alle Dinger weg überall Bin mir ziemlich sicher Bin mir ziemlich sicher, dass wir nur da, wo alle sind Da muss irgendwas hin Hier sind ja alle Kinder dann drin Das heißt Was haben wir jetzt für Symbole überhaupt Null Also Null kann man ja nicht teilen Ah, guck mal Die Kinder werden jetzt able to travel to the city walls But the real unknown How would the citizens react The baseline citizen now had infinite kudos The kids could use the monorail now Command Save changes Change is saved Beginning propagation to external servers So eine Pose gehen, um da rauszukommen Machen Sie mich cool How did you do, Rob? I set the whole city's kudos levels to infinity Every citizen So anyone can now travel anywhere Including the kids? Yep Orana should be able to get them to the city walls now So what are we waiting for? So, los geht's Ne, raus hier, ne Oh Will I tick'уст I An ist ... ... ... ... ... ... Okay. Gehen wir mal zurück. Gehen wir zu Orana und den Kindern. Die Droids, genau wie diejenigen, die Milo genommen haben. Sie sind hier. Wir müssen einen Weg nach ihnen finden. Ich hoffe, dass Papi nicht getroffen hat. Ich hoffe, dass wir hier noch nicht kommen. Ich hoffe, dass wir hier noch nicht kommen. Wo genau wir lenken müssen, weiß ich auch nicht. Ah, super. Das war schon ein Zentner. Was hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das Hauptstoffe von Leitz Moonshine ist, die Spankle ist. Kann ich die da reingriffen? Warum? Okay. Ich teste jetzt aber raus. Ah, okay. Was anderes fällt mir grad nicht an, was man machen kann. Geht doch gar nicht an. Gehen wir mal hoch. Mal gucken, ob wir irgendwas da oben finden. Weil irgendwie weiß ich sonst nicht, wie wir weiterkommen. Vitrowelle? Ah, Joes Platz kann ich überschauen. Okay, Joey. Ich denke, es ist Zeit für ein Upgrade. Über Zeit. Was hast du in mir? Das? Es ist robust. Bust. Genau. Es hat RUST. Auf der RUST. Und einiger Scherf basht its head in. Auf jeden Fall. Okay. Aber be careful mit meinem Board. Auf jeden Fall. Joey Prime. Und schau. Und schau. Ich habe dieses cool Arm. Wichtig mit dem... Ah! Das ist mein Scherf. Los geht's. 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 über die V podr Jazzy. Wenn die Flüssigkeit hier auf dem Boden, kann er vielleicht mit dem Blitz gleich so ein Ein bisschen Blitzen auf die Viecher, die gleich kommen. Wahrscheinlich rausgehen, um eigene Aktionen auszulösen. Mal sehen. Äh, nö. Gib mir was zu zappen. Okay, warte mal, komm mal hier runter. Ich kann's dir hier unten diese Flüssigkeit zappen. Noch nicht. Joey? Joey. Es ist ein langer Zeit, seit jemand mich so nennen. Was sagst du? Ich gehe mit Joey Dryne. Jetzt, Foster. Ich gehe mit dir. Das wird nicht passieren. Ich gehe mit dir. Kannst du auf die Möhnung auf die Möhnung? Mit meinem neuen Arm? Es wird es geschafft. Okay, gut. Das ist super. Stand back, Foster. Humans skin is not as tough as steel. Oh. Wuhh. The trail of moonshine lit up like spilt gasoline. Come on, Joey. We need to get out of here. I'm liking this new shell already. Okay. Warum haben wir es jetzt angezündet, genau? Okay, man kann die auch da sehen. Aha. Oh. Wow. That cannot be safe to drink. I'll say. We need to get out of here. Oh. Wait, Foster. I hear something. There. The locker. Poppy. The faceless men came back, so I eat in here. You did great kid. They're gone for now. Let's go. Before they come back. When people realize they've all got the same kudos levels, it's gonna get interesting. Not sure I want to be there when that happens, Joey. Foster? Arana. This pyramid. You made it. Well, of course we did. Robin, darling. Was there ever any doubt? But where are the kids? Where's Milo? Don't worry. They're all here. Whatever you did, it worked. And who is this wonderful little creature? My name's Poppy. Poppy. Graham rescued her. Kept her hidden up in the industrial level. It's okay, my darling. Come with me. I have some friends that I think you'd like to meet. Bye, Joey. Just go. It's too much. So how did you do? Let's see. With a little help from Leet, he had it all figured out. He had found a way to increase someone's kudos levels inside Minos. The council's androids found him first. They killed him? Yes. But I managed to finish what he started. Well, you're not finished yet. Come with me. Joey, I need you to stay on guard here. Anything looks unfriendly? Zap it. Do you believe that? I've been dying to test this thing for real. Don't let me go ahead here. Here I go. Kids are all inside. It's a bit cramped. But it'll do. I recognize this truck. Hehehe Oh. Du wirst gut sein. Am ich nach Hause gehen? Du bist, mein Lieber. Zu Hause zu deinen Eltern. Dein Familie. Jetzt, du geh mit den schönen Leuten. Ich werde gleich hinter dir. Frau, wir sind gerade geblieben. Lass uns diese Garten öffnen, und ich schiebe die Gas. Foster, hast du eine Idee, wie diese Garten öffnen? Was ich in Minos gemacht habe, muss die Stadt in Lockdown gelegt haben. Ich werde eine Chance finden, die Kontrollen zu überprüfen. Oh, okay. Aber nicht dein Zeitpunkt. Okay, ich kann gar nicht so viel machen. Oder so rum vielleicht. Spielen da. So. Ich kann das Garten aufrufen. Aber zuerst hatte ich Arbeit zu tun. Die Kontrollruppe. Die Hauptgänge mussten von hier zu kontrollieren. Aber diese Erdbewegung nur von der anderen Seite. Dann habe ich Alonso gesehen. Er hatte eine Runde. Und er hat ihn an... Songbird. Ich musste einen Weg finden, um sie zu helfen. Alonso hat mich noch nicht gesehen. Das war wahrscheinlich ein guter Ding. Okay. Windmiss. Kommen Fenster hin. Kommen hin. Also Alarm empfangen. Ist Alarm rot. Fenster hin schließen. Fenster hin offen. Fenster hin. Okay. 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 Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Ist Alarm rot. Fenster hin schließen. Gut. Ist eigentlich richtig oder nicht? Ich konnte nur durch die Türen schlafen. Nicht, dass ich die Oberhandel hatte. Waffensteuerung. Waffensteuerung? Hä? Hä? So? Okay. Geht so? Was? Was? Songbird. Quick. Wir müssen... Mr. Grundy. Was ein schönes Überraschung. Was machst du, Songbird? Run! Oh, aber Graham. Was ist das? Was ist das? Frau Grundy. Du bist der größte Co-operative. Ich werde persönlich sehen, dass du den Kudos boost hast. Du bist der größte Co-operative. Warum danke, Mentor? Und danke dir, husband. Sie. Wenn etwas in der Stadt geht, wenn etwas falsch ist, wer ich immer hinterher finden? Sie. Werden Sie. Sie. Ich sage dir eine Frage. Was sehen Sie, wenn Sie die Stadt Union sehen? Ich sehe eine tyrannie. Eine Stadt, die Kinder aus ihrer Stadt zu experimentieren, um sie zu experimentieren. Die absoluten Kontrolle von jedem Aspekt der Menschen denken. In pursuit von einer Glückwunsch definiert von der Council. Schön. 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 Wie elegante. Ich erzähle dir, was ich sehe. Ich sehe... Perfektion. Perfektion? Komm schon. Diese Stadt funktioniert. Die Stadt vermittelt. Jeder ist verletzt. Jeder ist beschäftigt. Jeder ist beschäftigt. Jeder ist beschäftigt. Und jeder hat eine Grunde, um zu sein. Aber bei welchem Kosten? Alles, was die Stadt vragen ist, ist, dass wir ein paar einfache Regeln folgen. Segen die Regeln, und du bist befreundet. Breche die Regeln, und du bist... Entschuldigung. Du bist ein Regeln. Aber die Kinder wurden verletzt von der Gap. Und ich werde die Stadt öffnen, und sie raus raus. Und sie nach Hause. Das würde die Regeln. Und deswegen, aufgrund der Stadt, für die ich sehr interessiert. und sie nachvollziehst. In den Gap. Das ist der St construal. Wahnsinn. Das ist der Streich. Das sind die Zukunft. Hm hm. Hey, die sind in Ordnung. die die Schrein show that the main gates were in lockdown doors for the land trades receiving orders just fine so screen show that the main gates were in lockdown yeah have that not reached actually? landzugs, the lockers lockers are open okay it must have been there it must have been there Oh, Mist. Okay, jetzt mal gucken, was die anderen Bildschirme sagen, hier. Oh, okay. Okay, jetzt mal gucken, wir packen da die, okay. Okay. Ah, warte mal, hier müssen wir diese Rollos wieder hoch machen, damit wir da rankommen. Mal gucken, also. Ist das nicht wieder aufgegangen oder nicht verkürzt? Na, guck mal. Da ist jetzt auch die Schüssel jetzt. Das kommt bestimmt auch dicht an diesen Toaster ran, aber schon wieder klar. Gucken, tauschen es mal aus. Erhitzen und einen Landzug beim Übeln, okay. Irgendwie muss doch hier irgendwas zu finden sein. Achso, warte mal. Dann kann er ja auch, hab ich noch gar nicht gemacht. Kann die Toaster bestimmt auch bedienen, ne? Guck mal. Okay, jetzt passiert was. Wendel, get ready to move. Hold on to your hats, kids. This might get bumpy. Yes! Go, Wendel, go! No! Wendel, stop! Joey, the guns! Ah, hell. Joey, go! Look after the monster for you, will you? Joey, what are you doing? Oh, okay. Joey, no! Joey, no! Go, Winter, go! They made it. Thanks to Joey, they got away. So you didn't take a ride with Wendell? This is my city. I wasn't going to abandon it. I'm glad you stayed. I am so sorry, Robert. I know how much Joey meant to you. Joey was my best friend. But now he's goth. He did his bit, Foster. Now we need to do ours. What will you do? If we don't bring down the council, this won't stop. We need to confront them head on. That infinite kudos that you hacked should take us straight to the Citadel. Good luck, my darlings. I know that you can do it. You must. Thanks, Danielle. Let's go. Okay. Don't make the end. Okay, let's do everything. Let's do it. Let's do it. Have you ever been up here before? The Citadel is off limits. Unless you're council. A lot of unhappy people down there. How do you think the council will deal with them? I think they'll come down hard. I agree. Which is why we have to do this, and fast. You got a plan? Nope. You? Nope. The place will be crawling with security. Look. That's the sea. I've never seen it before. Okay, then... Well, in the absence of any other plan, I'll go left, you go right? Sounds good. Ready? Ready. There's no one here. No one here. So. Das ist der beste Zeitpunkt, um zu stoppen. Und wir machen das, ich würde behaupten, dass wir fast zum Finale gehen, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Das war's.